Rad Yahudi! Über uns wohnt ein Jude! Wo hast du uns gebracht hin? Zur Jude? Wie ich sehe, er hat alle gute Noten. Er ist ein guter Schüler. Alhamdulallah. Und wo ist das polizeiliche Führungszeugnis? Vor ihm? Nein. Der Junge ist über 14. Laut Gesetz ist er strafmündig. Ich will sehen, was du drauf hast, Kleiner. Weißt du, was man mit so einem Plastik macht? Nimm es nicht auf die leichte Schuld. Gerade jetzt solltet ihr sehr vorsichtig sein. Los, los! Bleib stehen! Was wollen Sie? Geben Sie dem Jungen eine zweite Chance. Nein! Wieso muss ich immer alles ausbaden? Jonas hat mich so angestiftet. Aber Sie werden uns abschieben! Was machst du? Na arbeiten! Ich kann auch immer netter zu mir sein. Ich denke diese Deutsche, alle Araber sind böse. Und Wahrheit, der Jude ist der Verbrecher. Du darfst diesen Jungen nicht mehr reinlassen in deine Wohnung. Er ist eine Gefahr. Riesen habe ich selber. Wovon sprichst du? Wir reden von unseren Feinden. Lass zwei Hände zum Arbeiten und nicht Bilder malen. Ich hab Talent! Wer sagt das? Wer der Freund von oben? Ist gut. Sehr gut. Bringt die Sache morgen in Ordnung. Das hat er mir versprochen. Wann wirst du verstehen, dass diese Jude dich nicht auslachen? Jude! 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 Ich lasse mich noch von Ihnen nicht schikanieren. Komm hier! Sie sind mir zu alt. Jude! Jude!